Guten Abend, meine Damen und Herren, zu einem neuen Matthias-Richling-Show-Special mit Figuren aus dem Laientheater der Politik und der naiven Kunst der Selbstdarstellung von Regierungschauspielern und Oppositionsmimen, die uns alle heute nochmal erklären sollen, warum wir den Eindruck haben, dass Politik mit Politik nichts mehr zu tun hat, warum Frau Merkel einen langen Plan entwickelt und sich Flüchtlinge herholt als potenzielles Wahlvolk, wenn die mal Deutsche werden, aber keinen Plan hat, wenn sie nach dem Schock der Wahl von Donald Trump so geschwächt ist, dass sie in Deutschland auf einen eigenen Präsidentschaftskandidaten verzichtet hat, nachdem ja Joachim Gauck, den sie nie wollte, nicht mehr wollte. Nein, nein und nochmals nein, da nützt kein Wehen und kein Klagen und auch wenn Deutschland kräht aus einem vollen Hals, es ist doch Zeit zu gehen. Ich habe als Bundespräsident dieses Deutschland bereist, bewandert und beritten. Nun aber sage ich euch nach fünf Jahren, mehr Deutschland ist für mich nicht drin. Wir sind heute bei der Bestandsanalyse im ersten Semester. Wie kommen wir heraus aus den überkommenen Ist-Zuständen alter Muster, Rassen- und Hautfarbenleere vorvergangener Gauländer, bis hin zu Bluttests von ekligen türkischen Erzfreunden der Kanzlerin. Wir sind heute am Beginn des Lernens, direkt nach der Nazizeit. Ich mag nicht mehr, mach das alleine. Ich will nicht nochmal von vorn beginnen. Ich mache einen Gauck-Sit. Deutschland war für mich immer der Joachimsweg, hart und steinig mit Reisen in die Untiefen der Flüchtlingsabneigung, über Stolpersteine innerparteilicher Gegensätze, durch das Gestrüpp sicherer Herkunftsländer bis hin zu Wallfahrten, zu widerlich aufgeblasenen Missgeburten der obersten türkischen Politik. Nun bin ich gelandet im deutschen St. Komposthaufen, wo Selbstverständlichkeiten vor sich hinmodern, wie gerechter Lohn, Quote für Frauen und Barmherzigkeit für Menschen in Not. Da wäre eine zweite Amtszeit wie das Aufhängen von schmutzischer Wäsche. Ich mag nicht mehr, so geht denn hin. Ja, Joachim Gauck, schade, weil er zu allem Stellung genommen hat, was sich bewegte und damit er nie vergaß, was er sagen wollte und wenn es noch so nichtssagend war, hat er sich ja vor dem Zubettgehen immer einen Knoten gemacht ins Gehirn, der sich auch bei jeder Rede widerspiegelte in seinem Gesicht. Dafür findet man schwerlich Nachfolger. Frau Merkel hat es versucht, andere haben einen gefunden und mit dem sprechen wir jetzt. Guten Abend, Herr Steinmeier. Herr Steinmeier, stört es Sie eigentlich, dass Frau Merkel Sie am Anfang als Bundespräsident nicht gewollt hat? Stört Sie das eigentlich? Ich, äh, das ist eine besondere Adlung. Frau Merkel hat Herrn Gauck auch nicht gewollt, aber Herrn Köhler, Herrn Wulff wollte sie. Sie, also, Ihr Wunsch ist kein Qualitätssiegel. Und stört es Sie, dass Frau Merkel vorher so viele gefragt hat, bevor sie Sie... Nun, wir sollten Frau Merkel nicht ins Korn werfen. Nein, aber bei der Präsidentenfrage war sie machtlos. Sie war nicht machtlos, sie konnte nur nichts tun. Ah, das stimmt. Bei Lammert konnte sie nichts tun, bei Schäuble konnte sie nichts tun. Das Gespräch mit Herrn Schäuble haben wir übrigens mal aufgezeichnet. Herr Bosbach hat Sie doch jetzt vorgeschlagen als nächster Bundespräsident. Bitte, Herr Bosbach. Ja, also, ja, 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 schön, also, was soll ich damit? Ja, also, für Spielereien habe ich wirklich keine Zeit, muss ich ehrlich sagen. Bitte, also, der Herr Gauck hat doch keine Spielereien. Nein, also, bitte, nicht missverstehen. Ich will dem Herrn Gauck da auch gar nicht in die Weichteile greifen. Dafür bin ich einfach nicht Jogi Löw genug. Ja, aber es ist einfach... Er hat aber gute Reden gehalten, Herr Gauck. Ja, eben. Das Wort Reden tätig unterstreichen. Also, für Herrn Gauck war es die Krönung seines Lebens, ja? Ah ja, ganz gewiss. Ja, weil er vorher nichts war. Also, bitte komm, Entschuldigung. Wenn man vorher ein bisschen von der Kanzel runtergewinkt hat und ein paar Akten sortiert in der Stasi-Behörde, dann ist es natürlich Krönung. Ja, ja. Für mich wäre es ein Rückschritt. Weil Sie was Besseres sind. Nein, also, das kann man, also, bitte, das kann man, soll man auch, kann man so nicht sagen. Obwohl es stimmt natürlich. Also, ganz objektiv. Ja, ja, das heißt, also, Sie würden, Sie fühlen sich abgestellt in so einem Amt. Ja, also, sagen wir so, also, ich bin noch nicht so weit, um ausgestopft zu werden. Oh, 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 also, ist das Amt des Präsidenten so tot für Sie, ja? Naja, also, man ist im Präsidialamt schon, also, kurz vor der Obduktion. Ach, bitte, das würde aber Herrn Gauck sehr beleidigen, oder nicht? Ach, also, Sie mal mit Ihrem Herrn Gauck. Ja, wieso, das ist doch... Der ist ja auch nur leidtragender. Ja, na ja. Das Problem haben aber alle Repräsentanten. Schauen Sie sich die Queen an mit 90 und Ihren Prinz Philipp mit 95, der am Geburtstag heute immer noch, also, die Bärenfellgrenadiermütze hinterher trägt, auf dem Kopf natürlich. Ja, ja, also, das schaffen Sie ja nur, wenn Sie diese Figuren genetisch verändern und mit Silikon haltbar machen. Die leben ja gar nicht mehr. Also, als Queen von Deutschland eignen Sie sich nicht. Ach, Sie haben es verstanden. Ja, ich bin halt keine Königin. Oh, danke erst mal, Herr Scholler. Ich denke, das stimmt doch, da entschuldige sich die hier. Hier, Steinmeier, ja, hallo? Nein, ja, nein, 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 ja. Ja, nein, das ist... Nein, das haben Sie falsch verstanden. Nein, das ist... Die SPD ist gegen ein Burka-Verbot. Weil Burkas Vollverschleierung sind und werden sie verboten, dann müssen wir Faschingskostüme und Masken verbieten. Muslime sind eben dauernd im Fasching. Nein, das... Ja, nein, nein, das hat auch mit Religionsfreiheit zu tun. Ja, dann gehen Sie mal nach Köln oder Düsseldorf oder Mainz, da werden Sie erleben, dass dort Faschingsreligion ist. Das ist doch gar nicht... Entschuldigung. Bleiben Sie am Apparat. Ich bin gleich... Moment, bitte. Steinmeier. Ja. Nein, das habe ich gerade erklärt. Nicht Ihnen. Nicht Ihnen. Bleiben Sie. Bleiben Sie. Achso, Sie sind... Bleiben Sie am... Hören Sie. Nein, die SPD ist nicht gegen ein Burka-Verbot aus Eigennutz. Ich weiß, die Stimmung in der SPD nach den Landtagsverhalten ist mies, aber das hat nichts mit den Burkas zu tun. Nein. Nein, die Ergebnisse für die SPD und der Hohen der Wähler sind kein Grund für die SPD, sich ganz Körper zu verhüllen. Nein, auf Wiederhören. Ja, klein Moment. Bleiben Sie. Bleiben Sie. Äh, klein Moment. Steinmeier. Ja. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Die SPD ist 153 Jahre alt. Wir sind für die Gleichstellung der Frau. Ja. Nein. Wir haben nicht gesagt, mit was Sie gleichgestellt werden soll. Hallo? Herr Steinmeier, bleiben Sie eigentlich als Bundespräsident SPD-Mann, obwohl ja die SPD keine Volkspartei mehr ist, ja? Nun, ich, äh, wieso? Naja, die SPD liegt bei 19 Prozent bundesweit. Also, je kleiner wir werden, umso weniger fallen unsere Fehler auf. Ach so, also Sie wollen als Bundespräsident aktiv sein, weil Ihre SPD so passiv ist in der Politik. Habe ich das richtig verstanden? Nein, die SPD wird jetzt sogar trainiert vom Bundestrainer. Bitte. Danke. Also, ich sag das jetzt mal ganz entspannt, als Bundestrainer, als Jogi Löw, äh, schön, wunderschön. Äh, wenn, also das, was, äh, wenn, äh, wenn das, was, äh, sich SPD nennt, noch da ist, dann würde ich den gerne, also, äh, mit Tipps und Ratschlägen zur Seite stehen. Äh, ist das alles was von der SPD noch da, kurz gefragt noch? Aha, also, also, also da sieht man aber schon ganz genau, da ist also kein Kampfgeist da. Ihr nehmt die größten Niederlagen einfach so hin, euren Teamchef, den Sigmar. Das ist also keiner, der aus dem Mittelmaß, also aus dem Mittelfeld kommt und vordrängt. Kein Olaf, keine Hannelore, nichts, äh, man fragt sich halt nach diversen Heimspielen immer, äh, waren von euch überhaupt alle Spieler auf dem Platz? Oder warm hat man bei euch immer das Gefühl, ihr seid noch in der Umkleidekabine zum Verrichten diverser Geschäfte, ja, also ihr müsst euch einfach klar werden, äh, es geht nicht vorwärts, dann, äh, wo bleiben wir wenigstens stehen, weil in Baden-Württemberg hat ja beim letzten Mal 24 Prozent und jetzt sind es halt 12,7 und dann genießt es aber auch einmal, ja, einfach mal genießen und einfach wissen, beim nächsten Mal wird es halt noch weniger, ja, äh, besinnt euch auf das, was ihr könnt, also SPD, das ist ja Rückzugsgebiet, also wollt ihr wirklich eben auf Bundesebene aktiv sein oder fühlt ihr euch wohler im kleinen kommunalen Bereich, äh, Pediküre, äh, Maniküre, ja, das ist, äh, für euch vielleicht viel wichtiger, einfach, äh, die Konzentration zentrifugieren, weil so hat man immer das Gefühl, also ihr hofft, wenn ihr die SPD an die Wand fahrt, dass ihr danach zumindest noch einen prima Beitrag bekommt in, äh, Ups, die Pannenshow, also, äh, aber ihr seid halt noch nicht so tot, um euch wieder zu beleben, äh, ihr, äh, äh, sucht die Zukunft, aber eben nur unterm Rasen. Ja, liebe Genossen, ich sag's gerne, als Partei sozusagen, Chef der SPD sozusagen, als Sieg sozusagen, Mar Gabriel sozusagen. Landtagswahlen Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, 10 Prozent, 13 Prozent, Umfang 17 Prozent, 16 Prozent, 15 Prozent. Wir wollen mal feststellen, dass die SPD zum Beispiel in Baden-Württemberg zum Beispiel, die Regierungsarbeit geleistet hat. Die Polizeireform dort geht auf unsere Kappe, die Schulreform geht auf unsere Kappe, Umweltplanung, Mindestlohn im Bund, volle Rente ab 45 Jahren Arbeit und so weiter und so weiter, sozusagen, etc. Und, die Wähler behandeln uns, wie Verzogene gehören ihre Eltern, die sich für sie den Arsch aufreißen. Da ist doch nicht mehr die Frage, ist die SPD noch Volkspartei? Ist das Volk noch das Volk? Oder nur ein Klingel von verwöhnten Kraken, sozusagen. Und da ist doch nicht der Wähler enttäuscht von den etablierten Parteien. Viel gefährlicher ist doch, und das sollte sich der Wähler mal hinter die Ohren schreiben, dass die SPD enttäuscht ist und sich abwendet von den etablierten Wählern. Wir haben unsere Wähler zu reich gemacht. Statt ihnen mal beizubringen, dass die SPD sich nur deswegen über 150 Jahre gehalten hat, weil es genügend Arme gegeben hat, denen wir was versprechen konnten. Inzwischen merken die meisten, wir können ja gar nicht alles auftragen, was die SPD uns an Rolex- und Gucci-Klamotten in Form von Mindestlohn und sozialen Absicherungen hinterhergeschmissen hat. Unser Schrank ist voll. Wir sind doch als SPD die Geissens für unsere Wähler. Und jetzt rennen sie weg zur AfD etc., weil das Klopapier, was wir ihnen kaufen, nicht auch noch aus Blattgold ist. Drauf geschissen. Herr Steinmeier, hat Herr Gabriel recht? Also, was hat der Wähler falsch gemacht beim Regieren? Nun, er ist Frau Merkel auf den Leim gegangen. Es ist doch bezeichnend, dass Frau Merkel in der Flüchtlingsfrage das Asylrecht nicht beschränken will, aber dem deutschen Wähler durchgehen lässt, dass er bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg zum Beispiel für die SPD eine Obergrenze einführt. Das können Sie mal mit Frau Merkel selbst besprechen. Sie ist unser nächster Gast. Nein, vielen Dank. Für das niedere Volk habe ich separate Audienzen. Oh, naja, dann vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Steinmeier, und auf Wiedersehen, Herr Steinmeier. Alles Gute, Herr Steinmeier, der auf Herrn Gauck folgt, das hat ja Frau Merkel so festgelegt, so wie Frau Merkel auch festgelegt hat, dass Frau Merkel auf Frau Merkel folgt, vorausgesetzt, trotz der Flüchtlingskrise geht das. Und das haben wir schon früh Edmund Stoiber gefragt. Seine Antwort dazu war sehr klar, unklar übrigens. Herr Stoiber, gut, dass Sie noch mal da sind. Dann darf ich Sie doch noch einmal fragen. Fragen, zur Frage zurück, kann Frau Merkel die Flüchtlingskrise überstehen? Kann sie, Frau Merkel, die Flüchtlingskrise, kann sie sie überstehen? Wäre ich, Frau Merkel, aha, ach so, aha, aha, ja, das ist ja eine ganz andere Frage, in die die Frage als Antwort bereits hineinspielt, insofern als diese Frage ja bereits die Möglichkeit der Antwort offeriert, denn wenn diese Möglichkeit gar nicht zur Disposition stehen würde, würde man auch gar nicht auf die Idee kommen, diese Antwort in diese Frage hinein einzubinden. Das heißt, wir haben es zu tun mit einer Frage als ungelegtes Ei, aus der die Antwort als Huhn bereits geschlüpft ist, bevor es gelegt wurde. Was? Und das heißt, wir haben es hier zu tun mit einem lebend gebärenden Huhn, ein biologisches Wunder. Was natürlich, lassen Sie mich ausreden, was natürlich völlig überraschend ist und wenig überraschend in Zeiten der umfassenden und allgemeinen Genmanipulation. Ja, ja, aber gibt es eine Antwort auf diese Frage? Ja, ja, ja. Welche Frage? Ob Frau Merkel die Flüchtlingskrise überstehen kann. Ja, was hat denn jetzt Frau Merkel zu tun mit der Genmanipulation? Das Gespräch mit Herrn Stoiber werden wir gar nie aufzeichnen. Dann fragen wir Sie selbst, ob Sie sich wird halten können. Guten Abend, Frau Bundeskanzler. Äh? Ah, ja. Frau Bundeskanzler, guten Abend. Frau Bundeskanzler, Sie wollen also Bundeskanzler 2017 bleiben, Frau Bundeskanzler? Achso, ja. Also ich hoffe, der Wähler hält sich an mein Wort, nicht? Ja, ja, aber nun haben Sie ja viele Landtagswahlen verloren in der letzten Zeit mit Ihrer CDU. Die anderen auch. Na ja, aber Sie haben verloren wegen Ihrer Flüchtlingspolitik, ja? Ja, aber die Herren Steinmeier und Schäuble und Kretschmann stehen in den Umfragen ganz oben, nicht? Und die unterstützen aktiv meine Flüchtlingspolitik. Also, wo ist da der Zusammenhang? Na, was soll ich sagen? Und was schließen Sie daraus? Ja, dass die Leute überhaupt gar nicht kapiert haben, dass ich aktive Flüchtlingspolitik mache. Das heißt, wenn ich überhaupt mit Herrn Kretschmann und Herrn Schäuble und Herrn Steinmeier gleichziehen will, dann muss ich ja noch mehr Flüchtlinge ins Land holen, bis die Leute es endlich verstehen. Ach du, dann brauchen Sie Herrn Erdogan überhaupt nicht mehr, wenn Sie noch mehr Flüchtlinge reinholen. Na ja, also man fragt Sie, warum kuschen Sie dann noch bei ihm? Also, bitte, also... Vorsicht! Na ja, Vorsicht, also wo wollen Sie hin mit Herrn Erdogan? Das ist doch die große Frage. Wollen Sie aufgenommen werden in den Harem von Herrn Erdogan? Also, ja. So, da wollen wir mal sehen. Put, 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 put. Wo ist jetzt mein Lieblingsfrauschen? Hier bin ich. Ich bin hier. Die feurig ist. Ja. Und widerspenstig. Ja, hier bin ich. Und um sich schlägt wie Kratzburste. Ja, nicht unbedingt. Und da sprühen die Augen, wenn sich gegen mich wehrt. Wo ist mein Lieblingsfrauschen? Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, du! Du kleine Schlampe, was willst du? Was quatscht immer dazwischen? Äh. Wer bist du, dass du sich einmischst in Weltpolitik? Wo ich suche meine Lieblingsfrauschen. Wo ist sie? Ja, ja, das bin ich doch. Ja, du, du bist doch die Deutsche. Bist du die Deutsche? Ja. Ah, du bist die Deutsche. Da, sag ich dir, du bist da viel zu unterwürfig. Da merke ich dir, du. Da legst du mir Füße und kriegst den Arsch. Keine Erotik. Da musst du viel lernen zu bezirzen, den Mann. Aber ich hab doch alles für dich getan. Hab ich doch... Ah, was hast du getan? Was hast du getan? Ich habe dem Strafantrag stattgegeben gegen Satire für dich in Deutschland. Ah, die Sekreté. Da hat er begangen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen mich. Ja. Und da läuft immer noch ein Freier rum. Ja, ich kann ja einem Richter nicht vorgreifen in Deutschland. Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Ich habe 2000 Kritiker in Türkei, sitzen im Gefängnis, ohne Richter. Ja, wir haben eben andere Gesetze in Deutschland. Dann ändere sie. Ich verlange für diese Komiker die Todesstrafe. Die haben wir doch auch schon abgeschafft. Dann führe sie sich wieder ein. Da hat er mich genannt, Ziegeficker. Verstehst du? Ja, ja. Ziegeficker. Ja. Da hat er mich genannt, Ziegeficker. Hörst du, Ziegeficker? Ja, ich hab's gehört. Aber das war ja nur ein Beispiel für das, was man eben nicht sagen soll in Satire. Da kann ich nur auch nicht dafür. Das war ja nur ein Beispiel. Ziegeficker. Ja. Hörst du, Ziege? Ja. Ziege? Ich habe nie etwas angefangen mit dir. Es war immer platonisch. Frau Merkel, Sie haben ja Herrn Erdogan Strafantrag gegen Satire gestattet in Deutschland. Also jetzt wissen wir, warum Sie nicht Strafantrag gestellt haben gegen Herrn Erdogan. Wegen Verhöhnung und Beleidigung des deutschen Rechtsstaats. Ja, aber ich, also, was? Was Satire angeht, gehört Deutschland zu den sicheren Herkunftsländern. So rum. Das bezweifle ich. Wir können ja froh sein, wenn wir nicht mal flüchten müssen aus Deutschland. Vor Herrn Erdogan. Geehrte Freunde von Freiheit und Demokratie, sehr geehrte Freunde von Neue Türkei, da bin ich sehr froh, dass ich bin glücklich, dass ich, darf ich mich herzlich begrüßen, zu sein in die Kreise von die große Vorbild von Rechtsstaatlichkeit und Liberalsein, bei die grösste Freund auf die Welt von Türkei, Präsident Wladimir Putin. Und da hat Herr Putin sich großzügig entschuldigt, für das wir von Türkei haben müssen abschießen, seine russische Jagdbombe in Syrien in diesem Jahr. Aber, da bin ich ihm entgegengekommen und habe ich angenommen, Entschuldigung von Wladimir Putin, weil ich habe erkannt, Entschuldigung, das ist für Katastrophe und Katastrophe ist gut für Versehnung und Versehnung ist gut für Einheit und einer, das ist gut für Kampf gegen Feind. Und dieser Feind, das ist Deutschland und Europa. Weil diese Deutschland und Europa, das wollen sie abschaffen, Beziehung zu Türkei, weil wir wollen, haben Todesstrafe für Verbrecher, die mit Putsch abschaffen wollen, Demokratie und Freiheit in Türkei. Ah, aber, da sage ich, da wollen diese Deutschland wahrscheinlich auch abschaffen, Beziehung zu Amerika und zu China, zu Japan, zu Brasilien, zu Thailand, weil da ist auch überall Todesstrafe, 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 Todesstrafe. Da wahrscheinlich, wir sind noch zu human, da sollen wir wahrscheinlich auch haben eine Guantanamo mit Folter und öffentliche Auspeichern und unter Steinigung öffentlich, dass wir würdig sind für eine Beziehung mit Deutschland und Europa. Ich würde auch gerne einmal... Ich auch, da will ich auch Todesstrafe. Und viele Deutsche wollen auch Todesstrafe. AfD, Pegida, da wollen alle Todesstrafe. Und deswegen, ich sage, wenn Sie frei sein wollen von deutscher Geschichte, da kommen Sie zu uns. Da fliehen Sie nach Türkei. Hier in Türkei, da können Sie ausleben Ihre deutsche alte Geschichte. Kommen Sie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe selber meinen Ausführungen nichts hinzuzufügen. Nun, Frau Merkel, die AfD, um an Erdogan anzuknüpfen, wendet sich ja Nazi-Begriffen wie Völkisch zu und saugt die NPD auf und waren vor Bürgerkrieg. Ja, ja, ja. Den kann sie haben. Das tausendjährige Reich hat auch gerade mal nur zwölf Jahre gedauert. Also von daher... Und die Demokratie danach war nur möglich, weil die Menschen sich erkämpft und genug gelitten haben davor. So rum. Ja, was wollen Sie damit sagen? Ach, ich verstehe nicht. Was will ich damit sagen? Was will ich damit sagen? Ich kann von einer Gesellschaft, die sich freiwillig in ein Dschungelcamp begibt und sich an Big Brother ergötzt, nicht erwarten, dass sie selbstbestimmt freiheitlich den Rechtsstaat aufrechterhält. Die AfD ist Dschungelcamp fürs breite Volk. Geistige und moralische Gefängniskost, wo man sich Arbeitslager als Vergnügungspark schön redet, nicht als Challenge, wenn Sie wollen. Aha, wenn ich so will, aber die Frage ist... Reden wir hier mal dazwischen. In einer Zeit, in der man sich Not nicht mehr vorstellen kann, riskiert man sein Leben eben mehr als in Zeiten von KZ und Zerbombung. Wenn es der Kuhvolk zu wohl wird, dann geht es sich aufs Eis der AfD. Wäre es denn eine Alternative für den Wähler, wenn sie von vornherein Schwarz-Grün anböten im Wahlkampf jetzt? Ja, dazu habe ich ja neulich erst eine Aussage gemacht. Ich weiß eben nur nicht mehr, wie meine Meinung zu dieser Aussage gewesen ist. Ach so, naja, aber in Baden-Württemberg funktioniert ja sogar Grün-Schwarz. Ja gut, also, liebe ratlose Mitbürger, verehrte Parteifreunde meiner CDU, anwesende, geehrte Grüne, Herr Strobel. Ach, Sie sind das. Ja gut, also, bekanntlich gab es ja in Baden-Württemberg in den letzten fünf Jahren die weltweit erste Grün-Mode-Landesregierung. Diese Verbindung hat der Wähler am 13. März 2016 brutal auseinandergerissen. Ja gut, also, wir sagen, in einer Zeit, in der jede zweite Ehe geschieden wird, ist natürlich der Neid groß, dass diese berühmt gewordene Grün-Mode-Ehe so lange funktioniert hat, weil die SPD halt meistens den Mund hielt. Soll ich jetzt was sagen? Ach nein, eben gerade nicht, davon schmetze ich ja jetzt. Oh, ich wollte nicht stören. Sie stören nicht, wenn Sie nix sagen. Ja gut, also, wir stellen Ihnen jetzt die weltweit erste grün-schwarze Landesregierung vor, mit einer CDU, die wieder erwartend zweistellig geworden war und sich eine gewisse Ehrerbietung ableitet, weil sie halt mal stärkste Kraft im Land gewesen ist. Aber daran erinnert sich bald keiner mehr. Da wollte ich vielleicht anmerken, dass es für uns als CDU und mich als Thomas Strobl... Ach, Sie sind es jetzt, also... Dass es für uns als CDU doch hart war, uns wiederzufinden in einer Zubringerrolle, wo wir uns doch immer empfunden haben als Urenkel des letzten Kaisers. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn unser Winfried Kretschmann und zwar nicht die Funktion, aber wohl mit der Vergötterung seiner Person das Feeling der Monarchie zurückgegeben hat. Und da bedanken wir uns persönlich. Ach, wollen Sie noch was sagen? Nein, nein, schwätzen Sie nur. Sie dürfen gerne zwei Worte noch. Nein, ich würde nur das Gleiche sagen, was Sie sagen. Ja, das ist gut, merken Sie sich das für die nächsten fünf Jahre. Das soll ich nix sagen. Nein, gut, also Sie sollen nix sagen, Sie sollen was tun. Ja, was? Also Sie sollen so tun, als ob Sie was sagen. Majestät. Frau Merkel, Sie haben die Energiewende gemacht, den Atomausstieg, die Frauenquote, den Mindestlohn. Also Sie sind doch schon grüner als die Grünen. Ja, das ist das Problem. Wir sind zu den Grünen einfach zu ähnlich. Ich komme aus der Physik und weiß, dass gleiche Pole sich abstoßen. Und zu den Grünen gibt es einfach zu viele Unterschiede, die so ähnlich sind, dass die Unterschiede innerhalb der CDU für viele zu abstoßen sind. Merken Sie denn das nicht? Sie sprechen zwar, aber Sie sagen ja nix. Kein Wunder sind Sie bei vielen so unbeliebt inzwischen. Merken Sie das nicht? Ja, aber darin bin ich sehr ausdauernd, wenn ich mal sagen darf. Und was die Leute lange genug nicht lieben, das wollen Sie am Ende auch nicht mehr hergeben. Lindenstraße und Dieter Bohlen sind da die besten Beispiele dafür. Interessant, dann schauen wir uns mal Ihr Bewerbungsvideo an. Na, dann auf Wiedersehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin heute da, um Ihnen mitzuteilen, ich nehme die Wahl an. Und zwar zum deutschen Bundeskanzler. Das erspart viele Kosten für Plakatierung und Wahlkampf, da durch meine Entscheidung die Wahl 2017 im Grunde schon entschieden ist. Diese Entscheidung von mir ist ein großer Vorschuss an Vertrauen, das ich in den Bürger habe und das sehr hoffentlich nicht enttäuscht. Zumal die nächsten Jahre nicht einfach werden, werden wir werden. Wenn ich allein daran denke, dass bei VW unter Umständen 30.000 Menschen arbeitslos sein können, dann erwarten diese Menschen von mir Antworten, die ich Ihnen mit klaren Konzepten und Lösungen geben möchte, wenn ich Ihnen sage, das ist einfach so, müssen Sie durch, das können wir auch nicht ändern. Den Menschen reicht es oft schon, wenn jemand da ist, der weiß, dass Sie arbeitslos sind. Ich weiß es. Ich will Deutschland dienen, und zwar ohne Umschweife und ohne viele Worte, bin ja nicht umsonst, seit elf Jahren Deutschlands erster stummer Diener. Ich will, und das wird Sie überraschen, auf jeden Fall regieren. Und zwar will ich keine Vorschsetzung der Großen Koalition, und das geht nur mit der SPD, weil sie ja inzwischen klein genug ist. Gerade hat die New York Times mich wieder erwählt zum Mann des Jahres, dem will ich gerecht werden. Ich habe Sie, meine Damen und Herren, in den letzten elf Jahren in die Lage versetzt, ein sorgenfreies Leben zu haben. Ich habe Sie in Schlaf gesungen. Durch US-Wahl und Bundespräsidentennominierung sind Sie rüde aus Ihren Träumen geweckt worden. Jetzt können Sie sich wieder zurücklegen. Deutschland kriege ich schon hin. Ich danke Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, das war das neue Matthias-Richtig-Show-Special. Und damit können Sie beruhigt darauf warten, dass auch die nächste Zukunft Vergangenheit werden wird. Denn wir sehen, dass Politiker stets einhalten, was sie sagen. Sie drücken es nur gegensätzlich aus. So wollen zum Beispiel die Grünen eine Vermögens- und Erbschaftssteuer. Frau Merkel sagt, mit mir wird es keine Vermögens- und Erbschaftssteuer geben. Aber das ist eine wunderbare Basis für Schwarz-Grün. Wenn Frau Merkel den Grünen so entgegenkommt, denn so kommt auf jeden Fall eine Vermögens- und Erbschaftssteuer. Wie war der Satz aus dem Wahlkampf 2013? Äh, mit mir wird es keine PKW-Maut geben. Und eben. Guten Abend. Guten Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017